Hier geht es um eine RC-Reihenschaltung. Wir haben folgende Konstruktionen, Widerstand in Serie mit einem Kondensator. Die Frequenz ist 100 Hertz, der Widerstand hat 10 Ohm, die Kapazität hat 106,1 µF und wir haben hier eine Spannung anliegen von 10 Volt, die wir mit der Phase 0 annehmen können. Nun, wir brauchen hier den Blindwiderstand, also –1 µC und das sind gerade –15 Ohm. Wir rechnen die Gesamtimpedanz aus und die ist ja bekanntlich R² plus 1 µC², was in diesem Fall Wurzel 10² plus 15² Ohm ergibt, also gleich Wurzel 325 Ohm oder gleich 18,03 Ohm. Okay, hier können wir jetzt die einzelnen Spannungen relativ einfach ausrechnen, nämlich die Spannung Ur vom Betrag her ist gleich der angelegten Spannung durch R mal Z Gesamtbetrag, also gleich 10 Volt mal 10 durch 18,03, also 5,547 Volt. So, das Zeigerdiagramm. 11 bis 15,03 Justus, 0 und jetzt mal noch die 6 dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, ok, Realtal von U in Volt, J Imaginärteil von U in Volt, 0, 1, 5, 10, J1, J2, der angegebenen Gesamtspannung von 10 Volt, da das Ganze wieder senkrecht wird, einmal der Tales-Kreis, diesmal nach oben, da wir wissen, der Strom eilt vor, geht also nach oben und parallel dazu haben wir natürlich die Spannung am Widerstand, 5,54, das ist genau die hier, die dann so lang ist, 5,54 hier in den Zirkel genommen und dann können wir U R hier eintragen und UC finden wir hier und das sind gleich 8,3 Volt. Ok, I, ich deute es nur an, wäre parallel hierzu, so, ich mache keinen Maßstab dran, da es ohnehin nur dieses eine I gibt, sollte ich da einen großen Maßstab machen. Ich rechne aber trotzdem alles jetzt nochmal komplex aus, damit nun das alles. I sind gerade die 10 Volt durch das Z-Gesamt, also 10 minus J 15 Ohm und das ergibt 0,308 Ampere plus J 0,462 Ampere und was da ist, 0,555 Ampere mal E hoch J 56,3 Grad. Stimmt das, 56,3 Grad, können wir gerade mal nachmessen. Na, ich nehme mal den kürzeren hier. Ja, 56 Grad, die 0,3 können wir natürlich nicht messen, das macht keinen Sinn. So, U R gleich I mal R, also eigentlich nur das mal 10, also 5,55 Volt mal E hoch J 56,3 Grad und U L gleich I mal minus J 15 Ohm gleich 8,33 Volt. Das hatten wir ja auch schon, da ist wieder der Wert und dann geht das hier mit dem Winkel, der das zu 90 Grad ergänzt nach unten, E hoch minus J 33,7 Grad. Und das war's.